Winnetou kommt wieder. Freuen Sie sich auf einen der schönsten Filme der berühmten Karl-May-Serie. Die Trommeln tragen die Botschaft durch alle Lande. Das große Abenteuer beginnt. Stuart Granger als Old Sure Hand ist Nummer 1 im Wilden Westen. Wir sollten doch erstmal zur Begrüßung einen Fass aufmachen, was? Nach dem Originalroman von Karl May, Untergeiern, entstand ein lebensechter Film aus der Pionierzeit Amerikas. Wollte mir einreden, es wäre ein Weißer gewesen. Banditen beherrschen das Land. Wo ist der Chef? Drin. Er wartet schon auf euch. Raus! Habt ihr Warte ihn genommen? Macht euch keine Illusionen, ihr kommt ja nicht lebend raus. Das war, das war wirklich bewundernswert. Übernehmt euch nicht. Untergeiern. Ein spannendes Erlebnis in einer wildromantischen Landschaft mit Weltstars aus fünf Ländern. Also bei Bruch. Winnetou, der Häuptling der Apachen. Ich sehe euer Hass, ist für immer aus eurem Herzen gewichen. Zwischen harten Männern ein bezauberndes Mädchen. Hallo? Keine Bewegung oder ihr habt ausgelacht. Das wäre aber schade. Und es erübrigt sich auch. Der Witz ist nämlich der, bevor du abdrückst, mein Junge. Unklagbar. Der weltberühmte Old Shure Hand. Tja, ich bin Shure Hand, aber ob ich nun so berühmt bin? Mein Name ist George Preston und das hier sind meine Freunde. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wer der Mörder war. Ich bin bereit, alles zu sagen. Ich sage euch die volle Wahrheit, aber nicht diesen. Ein faszinierendes Abenteuer. Ein Western, wie sie ihn sich wünschen. Durch eure Flucht habt ihr eure Schuld eindeutig bewiesen. Und das ist Old Rebel. Wenn ich richtig gezielt hätte damals. Auf der Suche nach einer neuen Heimat geraten Einwanderer in wilde Kämpfe zwischen Indianern und plündernden Banditen. Eine Wagenburg ist die letzte Zuflucht. Benetout wird uns führen. Auf der Farm ist ein Mädchen aus Telersville. Die trägt eine Menge Kröten bei sich. Hier herum. Nichts zu wollen. Nun ist die Talie so schmal und doch sind die Geldbeutel noch zu dick. Ja, was machen wir denn da? Ich habe doch meinem Vater versprochen, das Geld immer bei mir zu tragen. Old Shurhen weiß die richtige Antwort. Und Winnetou ist der passende Partner. Unter Geiern. Ein Volltreffer startet demnächst in diesem Theater. Nicht vergessen. Köpfchen. Die Helden des Wilden Westens erwarten sie und ihre ganze Familie. Am Spurraum. Am Spurraum. Bist nach America. Heute ist das Mat compensator. Am Spurraum. Eincu Antometrin.